servus leute und herzlich willkommen hier zu the higher lower game letztes mal haben wir richtig hart verkackt also da sind wir bei sieben angekommen hoffentlich packen wir heute mal die zehn da haben wir auch die erste frage schon bier oder wanners gaming wanners gaming kennt persönlich nicht aber heutzutage überall wo gaming dran steht ist natürlich immer höher und er hat okay gleich viel bobby kenne ich nicht gut gekannt ist down austin austin ist höher warum sagst du ach so wow ich glaube auch höher oh shit eine million wow strip club ist auch höher was ok neuer versuch neuer versuch try again so big browser wird ja big browser ist auf jeden fall höher 2,24 millionen microsoft ist what the fuck auch höher 5 millionen das sind solche zahlen das kenne ich leider nicht schweißer wälder keine ahnung bay ist höher läuft ja richtig gut ist auch höher wow 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 wach salona ist auch höher damn leute was los starbucks ist niedriger manchester city ist höher manchester city ist höher nein was alter warum sieben okay neuer versuch aber snapchat ist höher heutzutage hat jungen 45 millionen dann kann der arme cocker sparen ja gar nichts kann das ist aber wer das ist american beauty ich denke mal niedriger top wizard of oz ist höher was leute das kann doch nicht wahr sein vier stück nur so jetzt aber interstellar griechenland ist höher warum sucht man nach dem film öfters als griechenland film griechenland hallo naja neuer versuch so kenne ich nicht james brown ist einer der besten sänger überhaupt also der muss höher sein der muss einfach höher sein der ist schauspieler denke ich mal also ist er auch recht hoch 1 1,2 millionen syrien ist niedriger höher was was naja leute ich hoffe es hat euch gefallen bis deine auto rein ciao